Okay, wiederholt die Leertaste. Eine dämmlichere Taste hätten die ja nicht nehmen können. Wollt sie hoch. Kurve, Kurve, Kurve. Uiuiui. Shit! Da kann man nicht drauf liegen. Da wird sowas von runtergerutscht. Immer diese Kurven. Okay, so ist gut. Ah, shit! Das mach ich mal so einfach. Dann roll dich doch da rüber! Drück doch nicht umsonst. Oh, ich fahr wieder runter. Oh Mann, so rückt und der macht nichts. Bin da! Tschüss! Boah, wir haben fast im Wasser gelandet. Aber nur fast. Oh, nein, 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 nicht kippen. Alles klar, ab zur alten Villa. Oh, war das knapp. Fuck. Bisschen mehr und wir werden rausgeflogen. Oh, fucking shit. Ja, das geht. Relativ entspannte Mission. Nichts Großes. Hey, you Frankie. Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Easy. Oh, ja. Das hab ich gebraucht, das Ding. Oh. Shit, ich dachte, ich schaff's. Wenn, es liegt es schon hier. Sanchez. Gehen wir doch noch von früher. Hab ich denn dafür ein dämliches Ziel auf dem Rande? Das hier. Auftraggeber. Ah. Der eine, der halt Autos von uns wollte? Ich weiß nicht genau. Boah, das ist alles super weit weg. Ich lass das Ding hier stehen. Jetzt halten wir damit das Taxi auf. Map, 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 map. Auf zum nächsten Auftrag. Gehen wir zur Tücke. Hier sind wir. Danke. Hey, Nico. Was ist das, Mallory? Droman hat nicht gesprochen zu dir über nichts, hat er? Nichts über... Vielleicht asking mich zu marry ihm? Ich habe nicht gehört, aber ich bin sicher, es wäre ein wirklich gut für beide. Danke. Und hey, Droman und ich entschieden, dass wir uns ehrlich sind. Mit uns mit uns zu Hause waren. Er hat mir über Vlad gesagt. Er hat? Ja. Danke, dass er sich um den Körper aus dem Körper ausgetragen hat. Er hat so viel Feuer in seinem Herz. Ich glaube, wenn er sich über mich und mir und Vlad herausfam, konnte er sich nicht helfen. Sein Lieb für mich übergebracht hat und er musste ihn einfach töten. Das ist genau richtig. Er ist ein altgescholler Romantik. Bis zum nächsten Mal. Ha, so ein Bullshit. Das war ein Blatt auf die Schnauze zu bekommen. Das war der einzige Grund. Ha, ha. Komm, Bryce. Komm, komm. Du musst mich auf die Schnauze zu machen. Aber ich werde in der Schnauze zu verabschieden. Ich bin nicht legal. Um, mein Freund hat gerade aufgewandert. Ich denke, er kann helfen. Ich liebe dich. Schau dir deine Frau, honey. Das ist wirklich. Das ist wirklich real. Jesus H., Nico. Ich brauche ein Tränkwilizer. Einfach stark. Oh, Mann. Ich bin koked. Enjoying your new life in the Land of Opportunity, then? Das ist kein Zeitpunkt für Joke, buddy. Ah, ah. Oh, sorry. Ich bin echt krank, Nico. Real krank. Bryce ist getting blackmailed. About what? About me! Okay. Das ist nicht gut. Warum hilft er ihm immer? Na gut, wenn er meint. Oh, mein Lieblingsauto steht hier wieder. Perfekt Farbe. Nee, ist gar nicht mein Lieblingsauto. Vielleicht ist es aber auch ziemlich cool. Fernsteck ein. Wir fahren mit Steil. Okay, auf zu seinen Erpressern. Das ist ein geiler Karauch. Geben ruhig die Gas. So sieht's aus. Wir werden sehen. Wir werden uns schon darum kümmern. Wir sind wahrscheinlich. Wir sind nicht. Wir sind. Wir wollen uns mit ihm sprechen. Wir wollen ihn. Wir wollen ihn, nicht mit ihm. Wir wollen ihn. Wir wollen ihn. Wir wollen ihn. Dimitri? Das gibt's nicht. Wie kennt er? Ah gut, vielleicht kennt er auch diesen Florian. Wir ledigen ihn locker, bestimmt. Dem Auto. Das ist gar kein Problem. Zauberfeuer. Uuuuh. Lass mich eine Sekunde stehen. Komm schon, halt die Schitte da an bei dir. Niemand braucht dieses beschissene Auto. Ah, shit. Die Tankstelle in die Luft gejankt werden, die beiden erledigt. Ja, dann können wir hier lang. Sollte gehen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und die brennen. Das wird Dimitri nicht gefallen. Schafen U-Turn von da Hause. Oh, schön. Die kommen hier auch mal wieder besuchen. Ein Problem haben wir links immer rechts, Schroder, und schon ein bisschen weg. Ein Problem ist dein Problem, Mann. Aber er sollte sich denken, wie er war, bevor er auf die Begräupte auf die Begräupte. Er prägt die Homosexualität als Schroder. Es ist eine Insanität. Er ist ein Hypocrite. Und es war nur ein paar Minuten, bevor jemand wie Dimitri versucht zu katholizieren. Scheiße. Ich schauze jetzt. Ah, ein Nouvelle Atube-Nemezezez, aber das ist das für die Ätherzophilie. Cool, cool, cool. Wie wäre es, wenn wir einfach mal Gas geben und den überfahren? So, und den auch? Ja, fein. Und die auch? Hui! Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Immer heftig drauf. Ups. Wollen wir nicht die Karre austauschen? Nö. Wir müssen zu GM. Besser holen wir uns ein Taxi. Letzte Mission? Nicht für das Spiel, aber... Hm. Cool, cool. Und jetzt haben wir doch noch eine Mission. Rüstung brauchen wir nicht unbedingt. Ah, dann haben wir ein Taxi. Raus da. Hm, gehen wir nochmal zu Jerry. Jetzt haben wir kaum was gemacht. Ich glaube, da haben wir noch gar nichts gemacht. Schauen wir uns mal, was der Typ so zu erzählen hat. Uh, nektar Garten. No, one's here. Just you and me. Come in, come in. Beer. No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Pecky swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun. Too much fun. That's always been this family's problem. Fun. Good causes. A good laugh. Some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Hm. Focus. All we've ever been is bitches. Working for guineas. Working for niggers. Any asshole with a buck. A whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah. Wine and women as quick as possible. And remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You downed friend. Maybe. What is it? Well, first up, we've got to create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're going to plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Then we'll go off when you dial a number. I wanted to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Inchern Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packy was right for once. I'm glad you're on board. Dem ist das echt egal. Das könnte eine riesige Krise auslösen und eigentlich den mitreißen. Aber Nico? Oh, gib mir Geld. Ich mach's einfach. Dem ist das super egal. Okay, wir sind wahrscheinlich einmal um den Block gefahren. Oh, thank you.